Sind Sie bereit? Fangen wir an. Was ist los? Ich bin der einzige Mann, der nichts bekommen hat. Er hat eine Einladung zu diesem Polskanpreiz. Warum ist das so? Hat das was mit meinen Ohren zu tun? Oder was? Ja, ist richtig. Ich habe mit Sini gesprochen. Und dieser hat gesagt zu mir, hast du Ohren? Große Ohren. Ja, dieser ist nicht schlimm. Hat aber diese Sini gesagt, habe ich drei Ohren. Drei Ohren, ja. Drei Ohren haben das, glaubst du im Leben nicht. Also drei, das ist zu viel. Ne. Ist nicht wahr, habe ich gesagt. Habe ich nur zwei. Nur zwei. Zwei wie andere. Also ich frage nochmal, wo ist mein Ticket? Dieser Sini. Dieser Sini will nicht, dass ich komme. Ich habe aber gesagt, komme ich rein, komme ich von vorne, komme ich von da oder komme ich dort oder von hinten rein, das ist doch egal. Weil ich jedes Jahr, komme ich dieses Jahr auch rein. Ich habe mit Michu gesprochen, mit Johanna, mit Justina und mit Steffi und andere auch. Aber das Beste war Peter. Ich muss sagen, das ist ein richtiger Mann. Ja. Hat, mir hat, hat gut gefallen. Ja, hat mir gesagt, du, Trampotoni, pass auf, ich gebe dir Ticket und du gibst mir dafür Trikot von Baller. Ja, ist das sein Wort? Dieser Peter ist einfach nur Spitzemann. Kommst du in meine Mannschaft? Du, solche Leute wie dich, dürfen auf keinem Polskenpreis kaffieren. Das sage ich euch. Ein super Typ. Klasse hat er das gemacht. Er hat noch nie mal Geld von mir gewollt. Nur, äh, ein Trikot von einer Baller. Das ist unglaublich, dieser Mann, der ist einfach unglaublich. Ja, manche fragen mich. Ja, was, was willst du dort? Habt ihr eine Ahnung? Ist sehr geile Party. Da ist die Stimmung so tot. Und das Beste ist Mama Mia. Oh, was für schöne Frauen. Dort hat sie. Nicht, nicht bei uns in Palermo. Oder irgendwo in Milano. Äh, nirgendswo. Und das Beste sind Chicas. Einfach geil. Und Wodka ohne Ende. Ich, ich will dabei sein. Ich geh da mit. Und, ihr geht auch mit. Ich hab, äh, ich lade euch alle auch rein. Ihr geht alles mit. Amigos, ich sag euch was. Wir, müssen dahin. Und werden da auch hingehen. Ich kenn da nichts. Die alle gehen da mit. Und alle Bambinos gehen da mit. Alle rein. Überhaupt kein Thema. Gut. Farte, Pipel. Ich hab fertig. Also Alfred, lass uns verschwinden. Eins, eins noch. Also um 18.30 Uhr. Alle abholen hier. Ja. 13.00 Uhr. Hahaha. Ja. Mach. Wack. Ja. Vielen Dank.